Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Alexis. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und heute machen wir ein bisschen ein anderes Video als normal. Also ich präsentiere euch heute keine Tasche und kein Accessoire, sondern es geht lediglich darum, dass ich mit euch so gerne meine Wishlist durchgehen möchte. Also alles Teile, die ich sehr gerne besitzen würde. Also die würde ich mir so gerne im Laufe der Zeit einfach gerne kaufen. Also es sind einfach so diese Wunschvorstellungen und vielleicht kann ich mir das eine oder andere Teil wirklich zulegen. Also mal schauen, was möglich ist. Und anfangen möchte ich mit der Taschenkategorie und dann kommen die Accessoires. Also die erste Tasche, die mir so ins Auge fällt, ist eine Polentasche. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja schon eine Polentasche und das ist die Polentumero 1 Mini. Und ja, die liebe ich abgetisch und habe ich mir schon auch so und so viele Komplimente zu dieser Tasche bekommen. Und Polentumero 1 ist sowieso eine Marke, die zu Recht gehypt ist, die auf Instagram sehr viel Erfolg hat, sehr viel nachgekauft wird. Und ich bin meiner wirklich sehr, sehr zufrieden. Und Preis, Leistung stimmt auf alle Fälle. Und die nächste Tasche, die mir ins Auge springt, das ist die Polentumero 7 Mini. Also wieder Mini. Also ich bin hier so eine Mini-Maus. Also ich liebe kleine Taschen. Die Neverfull hier im Hintergrund ist sicher meine größte Tasche. Und ich liebe sie abgetisch, weil da einfach alles Platz hat und so für den täglichen Gebrauch, also so für die Arbeit und so ist sie natürlich ideal. Aber ich bin eine Liebhaberin von kleinen Taschen. Ich liebe kleine Taschen. Und ja, diese Polentasche hat es mir wirklich, ja, die ist schon sehr lange auf meiner Wishlist eigentlich. Und ich habe mir gedacht, so jetzt für den Frühling, für den Sommer, wo einfach die Klamotten ein bisschen heller werden. Und ja, finde ich sie einfach ideal. Und vor allem in dieser Farbe. Also es ist so nicht ganz weiß, so ein Cremeton. Und ja, die finde ich wirklich wunderschön. Die nächste Tasche auf meiner Wishlist ist eine Gucci Tasche. Und das ist die Gucci Super Mini, also die Gucci Maman Super Mini. In diesem Newton und ja, die Tasche wollte ich mir schon so lange kaufen. Und überall, wenn wir in Urlaub waren, habe ich mir diese Tasche immer wieder angeschaut. Wieso ich sie mir dann letztendlich nicht gekauft habe, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber diese Tasche ist schon so lange auf meiner Wishlist, dass ich gar nicht mehr weiß, wie lange. Und ja, ich finde sie wunderschön. Also sie ist, vielleicht diese ganzen Gucci Maman Taschen sind nicht mehr so in, aber darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Das ist mir eigentlich egal. Ich liebe diese kleine Tasche. Und was ich an dieser Tasche so toll finde, ist, dass man sie auf so unterschiedliche Art und Weise verwenden kann. Also man kann sie Crossbody tragen, man kann sie als Klatsch tragen oder auch mit der Schulter oder auch als Bauchtasche. Und sie ist klein, aber dafür ist sie sehr geräumig. Also ich hatte das schon mal ausprobiert im Geschäft. Also da habe ich, also man bekommt das Handy rein, eine kleine Geldbürste, Schlüssel, auch noch einen Lippenstift. Also alles Wichtige hat Platz und ich finde sie wunderschön. Vor allem dieser Newton. Also dieser Newton hat es mir so angedan. Ich finde, das ist genau ein Ton, der zu allem passt. Also zu allen hellen Farben, aber auch zu schwarz finde ich sehr schön oder auch zu braun. Also es ist eine Farbe, die wirklich sehr dankbar ist und überall dazu passt. Also ja, also diese Gucci Maman Super Mini. Ja, also mein Mann weiß, dass ich mir diese Tasche kaufen werde und die werde ich mir kaufen. Und ja, da freue ich mich schnell drauf. Also vor allem jetzt so im Frühlingssummer wird die gekauft. Okay, kommen wir zur nächsten Tasche. Und das ist eine Fendi Tasche. Und es ist eine Fendi Baguette Zucker Vintage. Also genau die da oben. Und ich mag zwar die Fendi Baguette so auch sehr gern, also die neuen Modelle. Aber da gefällt mir der Vintage Style fast ein bisschen besser. Und vielleicht habe ich auch zu viele Sex in the City Filme geschaut. Das kann natürlich auch sein. Carrie hat ja in einigen Folgen ja diese Baguette Tasche getragen. Und ich finde diese Fendi Baguette, das ist auch so ein Klassiker wie die Gucci, Dianesis und wie sie alle heißen. Und ja, diese Tasche vor allem, weil man sie eben so über die Schulle tragen kann oder auch so noch in der Hand. Und auch dieses Muster, das ist so ein Klassiker. Und eben ich finde sie im Vintage sehr, sehr schön. Ich muss aber sagen, ich habe mit Vintage in Kombination mit Secondhand übers Internet, da habe ich ein bisschen ein Problem. Das ist schon damals mit der Louis Vuitton Speedy gewesen, wo ich einfach sehr enttäuscht war, als ich sie bekommen habe. Und ich tue mich einfach sehr schwer, Taschen online zu kaufen, wenn ich sie nicht in der Hand hatte und sie mir wirklich anschauen kann. So viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn man nicht genau weiß, was man bekommt. Also Fotos, ja okay, aber wenn sie da ist, ist sie da. Und das Zurückschicken und so, also da, auf das habe ich einfach keine Lust. Und ich finde diese Fendi Vintage kostet auch noch sehr viel Geld, auch wenn sie Vintage ist. Also ich habe so ein bisschen nachgeschaut und recherchiert, die ist immer noch bei einem Preis von 1.300 Euro. Und das finde ich jetzt für eine Vintage-Tasche, vor allem Fendi, jetzt eigentlich gar nicht mal so wenig. Aber vielleicht finde ich eine andere Möglichkeit, dass ich sie mir in einem Online, also dass ich sie mir in einem Secondhand-Geschäft kaufe. Aber so, das ist eine Tasche, die mir auch sehr, sehr gut gefällt. Gut, kommen wir zu einer nächsten Tasche und das ist aus dem Hause Louis Vuitton und das ist die Prochette Metis. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Mein erstes Video, wenn ihr euch daran vielleicht noch erinnert, da habe ich gesagt, da war ja diese Geschichte, dass ich damals in Paris war und ich habe sie mir kaufen. Ich wollte sie mir eigentlich kaufen und dann gefiel sie mir auf einmal nicht und ich war am Boden zerstört. Ich weiß nicht, was ich damals hatte. Also ich vermute, ich hatte einfach den falschen Tag, denn sie gefällt mir immer noch sehr gut und ich sehe sie überall und sie gefällt mir an jeder Frau. Die Frau ist einfach sehr, sehr gut und sie ist einfach ein Klassiker. Also ich würde fast sagen, dass sie jetzt in die Kategorie reinkommt, so wie die Never Follow the Speedy und dann kommt die Prochette Metis. Das sind so diese drei Klassiker von Louis Vuitton, die immer ausverkauft ist und die immer nachgekauft wird und so weiter und so fort. Und ich hätte sie gern, also klassisch, sie ist ein Monogram und ich hatte sie irgendwie damals in Größenerinnerung, aber so groß ist sie eigentlich gar nicht. Und ja, also dann finde ich es auch so praktisch, dass man sie in der Hand halten kann und auch über die Schulter und ja, es ist, ja, ich komme mit dieser Tasche nicht herum und ich finde, sie darf irgendwie in keiner Taschensammlung fehlen. Ja, also die ist auf alle Fälle auf meiner Wishlist und mal schauen, wenn ich sie mir holen werde. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie Tasche und das ist eine, ja, also diese Marke ist natürlich Königsklasse. Also sprechen wir schon von einer Königsklasse und das ist Chanel. Ja, Chanel, also ich bin eine Sammlerin, also ich, ich sage das zwar immer, also ich liebe Taschen und ich liebe Taschen zu kaufen, Taschen zu stylen, Taschen zu besitzen, zu, ja, wie auch immer zu tragen, auszuführen, wie auch immer. Und ich finde, da darf Chanel nicht fehlen. Also Chanel ist einfach, ich finde, die Sammlung ist nicht vollständig, wenn keine Chanel Tasche dabei ist. So, das ist jetzt meine Meinung. Aber Chanel Taschen sind einfach so unfassbar teuer und ich kann jeden, jede verstehen, die sagt, ich möchte nicht so viel Geld für eine Tasche ausgeben. Also ich kann mir für dieses Geld drei Taschen kaufen. Das ist mir klar und das ist auch ein Punkt, wo ich mir immer wieder denke, ist das das wert? Aber es ist Chanel, sorry, es ist einfach, wie soll ich sagen, Chanel ist einfach Chanel. Es ist einfach ein Klassiker und wenn man denkt, wie lange es schon Chanel Taschen gibt und mir gefällt einfach diese ganze Geschichte um Chanel. Also das ist mir Coco Chanel mit diesem Geheimfach und, also, ja, es, ich, ich, ja, da werden mich nur Frauen verstehen und nur Frauen verstehen, die auch dasselbe, also die ähnlich denken wie ich. Also, ja, die sind teuer auf alle Fälle, aber ich hätte halt so gern eine Chanel Tasche, wirklich. Und zwei Taschen, die mir sehr gefallen ist, einmal eine Wallet-on-Chain und zwar nicht die klassische, sondern eine Trendy CC und zwar in Lammleder. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also ich höre schon, wie es heißt, na, wie kannst du Lammleder kaufen, ist so empfindlich. Ja, ich weiß, Lammleder ist empfindlich und, aber, wie soll ich das erklären? Ähm, wenn ich mir schon so eine teure Tasche kaufe, dann möchte ich auch, dass man das sieht, dass sie teuer ist. Und ich habe immer so den Eindruck, Kalbsleder, ähm, verfälscht irgendwie die Wirkung. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Lammleder und Chanel, das passt zusammen. Das ist so wie, ähm, Topf und Deckel. Und, ähm, Kalbsleder ist halt Kalbsleder und, ähm, ja, es ist natürlich robuster und empfindlicher und pflegeleichter und, ja, das stimmt alles. Aber ich habe mir ja mal eine Tasche angeschaut und Kalbsleber hat mich einfach nicht überzeugt. Das ist einfach, sie ist zwar schön, aber da kam nicht so dieser, dieser, dieser Sprung. Also, ja, also ich finde Chanel und Lammleder, das passt einfach besser zusammen. Und ich finde, äh, die Taschen in Lammleder schauen nicht nur hochwertiger aus, sondern sie sind auch viel schöner. Und deshalb hätte ich gern, ähm, eine Lammleder-Tasche. Und, ähm, ich passe sowieso auf meine Taschen auf. Also, meine Taschen sind ja heilig, äh, und, 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 äh, und, ja. Aber es wird wahrscheinlich oder wahrscheinlich sicher eine Lammleder-Tasche. Und die zweite Tasche, die ich sehr gerne hätte, ist natürlich auch schwarz und auch in, so in Goldhardware. Und das wäre eine ganz klassische, also ganz klassisch eine Chanel Classic Flap, Mini oder Small, je nachdem, was preislich möglich ist. Da muss ich mal schauen. Ähm, aber ja, auch in Lammleder und, äh, in Schwarz. Ja, also ich denke, mit Schwarz kann man nichts falsch machen. Ich finde zwar auch in, so in Weißcreme sehr schön und diesen, diesen, in diesen Beige auch sehr, sehr, finde ich sie auch sehr schön. Aber so, ich denke, so die erste Chanel-Tasche sollte dann doch schwarz sein. Und die passt einfach immer. Und, ähm, ich bin halt mehr Fan von goldener Hardware. Auch wenn ich sie aber auch sehr schön finde. Aber so klassisch ist sie natürlich in Gold sehr schön. Ich finde sie auch in Vintage sehr schön. Aber wie gesagt, da habe ich das gleiche Problem. Ich muss diese Tasche sehen. Also auch wenn sie Vintage ist, ist, sorry, dann muss ich sie einfach sehen. Also ich muss sie angreifen, ich muss sie probieren. Also vor allem bei Chanel, wo man wirklich so viel Geld in die Hand nimmt. Da kann ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir so eine Tasche bei Vestia Kollektiv kaufe oder so. Das geht nicht. Also nicht bei diesem Preis. Ähm, das machen zwar ganz viele, aber ich weiß nicht, äh, ich schaffe das irgendwie nicht. Also keine Ahnung. Okay, so das wären mal die ganzen Taschen, die mir so gefallen. Mal schauen, was, ähm, was möglich ist. Und jetzt kommen wir zu den Accessoires und zu ein paar Schuhe, die mir so gut gefallen. Und fangen wir an mit den Accessoires. Das wäre einmal ein Gürtel und der ist von Valentino. Und das ist dieser hier. Und den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Den kann man auf zwei Arten tragen, also auf zwei Farben. Einmal ist Nutton und einmal schwarz. Und das ist die mittlere Größe und den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und das zweite Accessoire, das mir auch sehr gut gefällt, ist von Dior. Und das ist diese Kette, also diese, diese Halskette. Und, ähm, ich gebe wieder mal Instagram die Schuld, weil ich diese Kette schon so oft gesehen habe. Auch bei Instagram Girls und immer wieder diese Kette. Und ich finde es so ein Klassiker. Und es ist so eine Kette, die man jeden Tag tragen kann. Also so ein bisschen wie diese hier. Natürlich, äh, von Preis natürlich ganz was anderes. Aber es ist so eine Kette, die man immer tragen kann. Und die passt eigentlich immer. Und, ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und, ähm, ja. Es gibt auch mehrere Größen, also wo einfach diese, diese Ringe einfach größer oder breiter sind. Aber ich hätte gerne diesen Petite-Joker hier oder wie man das ausspricht. Und, äh, ich glaube, ähm, ja, also genau. Das ist, glaube ich, die kleinste Größe. Ja, die, ja klein. Ja, also es ist wahrscheinlich die kleinste Größe. Aber, ja, die gefallen mir auch sehr gut. Kommen wir jetzt zum letzten, zur letzten Kategorie. Und das sind Schuhe. Ich muss ehrlich sagen, ja, also bei Schuhen bin ich dann wieder geizig. Also für Schuhe viel Geld ausgeben, natürlich bin ich sehr schwer, weil Schuhe dann natürlich abgetragen sind. Um der Zeit sehen sie dann einfach nicht gut aus, weil man sie einfach trägt. Und, ähm, ja, das finde ich einfach der Wert von, ähm, von Schuhen wird einfach, indem ich sie trage, einfach total ruiniert. Man kann sie auch nicht wieder verkaufen, obwohl ich ja sowieso kein Fan davon bin. Äh, aber die einzigen Schuhe, die auf meiner Wishlist sind, das sind die Triple S von Balenciaga. Und, ähm, ja, die, die gefallen mir richtig gut, diese Sneakers. Und, ähm, erstens, weil sie einen ein bisschen höher machen. Und ich bin ja wirklich sehr, sehr klein. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, sie sind so klobig und das gefällt mir nicht sehr gut. Wenn man, ähm, dann werden die Beine, also die, die, die Beine werden dann ein bisschen, äh, wirken dann schmäler. Und ich finde, es ist so ein Schuh, den man so an zu allem tragen kann. Also sei es zu einem Kleid, aber auch zu Jeans. Ähm, also man kann jetzt so ein bisschen, so ein bisschen lässig, Streetstyle-mäßig klein. Oder auch ein bisschen, ähm, ein bisschen eleganter. Und das ist so auch ein Klassiker. Und, äh, ja, ich finde, also, ja, diese Schuhe haben sie wirklich angetan. Also das sind der einzige Paar Schuhe, wo ich sage, da würde ich jetzt, die hätte ich sehr, sehr gerne. Ja, das, das wäre es eigentlich schon. Also jetzt haben wir die ganze Wishlist abgehakt. Also ihr seht, ich habe viel vor. Ähm, mal sehen, was möglich ist. Also das ist so, ja, man darf ja mal träumen und, äh, mal sehen, was klappt. Und sonst trage ich sie einfach nächstes Jahr weiter. Und, äh, ja, also ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, was so eure Wishlist ist oder was so, was so eine Tasche ist, die euch super gefällt und die ihr euch irgendwann mal zulegen möchtet. Ähm, ich freue mich natürlich auch über jeden Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und, ja, ich hoffe, dir hat das Video, ein bisschen anderes Video auch gefallen. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.